Ab wann liegt per offizieller Definition ein Weltkrieg vor? Ist diese Grenze mittlerweile überschritten? Es gibt keine offizielle Definition. Es gibt immer wieder unterschiedliche Ansätze. Man kann zum Beispiel ohne weiteres die Napoleonischen Kriege als Weltkrieg bezeichnen, weil sie weltweit geführt wurden, weil es weltweit um Kolonien ging. Es gab ja Gefechte an fast allen Kontinenten. Es gab Seegefechte überall. Es wird gerne und Weltkrieg ist einfach ein Begriff, der erst später erfunden wurde. Und zum Beispiel den Kongo-Krieg hat man gerne als den Weltkrieg Afrikas bezeichnet, weil sich so viele afrikanische Nationen daran beteiligt haben. Wie man die Definition zieht, ist ein Stück weit willkürlich. Letztendlich sollte man wahrscheinlich im Weltkrieg sagen, dass ein Weltkrieg herrscht, wenn weltweit in irgendeinem Maße gekämpft wird und weltweit Nationen beteiligt sind, was also bedeutet zu mehr oder weniger von fast jedem Kontinent. Also es sollte irgendeinen asiatischen Beteiligten geben, vielleicht irgendwelche Beteiligten in Richtung Afrika, Europa und den amerikanischen Doppelkontinent und dann sollte es hier und dort halt militärische Auseinandersetzungen entsprechend geben. Aber wie Sie es so schön nennen, eine offizielle Definition gibt es natürlich nicht. Das ist eine, die eher von Zeitgenossen und später dann von Historikern gewählt wird. Und die können, wie bei uns war es ein Professor, der hat im einführenden Pro-Seminar zum Studium der Geschichte so schön gesagt, sie können alles erklären, was sie wollen, solange sie es belegen können. Das heißt, ich kann Ihnen theoretisch nach dem, was ich im Studium gelernt habe als Historiker, morgen ein Video veröffentlichen und erklären, dies ist der dritte Weltkrieg, wenn ich denn eine nachvollziehbare Definitionsreihe herbeiführe, warum er dies ist. Wenn ich eben eine Theorie erstelle, wo ich Ihnen erkläre, was die Kriterien seien und warum ich diese Kriterien wähle, das gut begründe und dann sage, warum diese gelten oder warum sie nicht gelten. Also rein theoretisch könnte auch irgendjemand erklären, der Erste Weltkrieg sei gar kein Weltkrieg gewesen aus diesen oder jenen Gründen. Das ist komplett willkürlich. Das ist eher mehr so Konsens, weil die Mehrzahl dem zustimmt. Aber ich würde sagen, wir sind klar nicht an einem vergleichbaren Maße, was das angeht, was die, was die, also ich würde nicht sagen, dass wir auch nur im Ansatz schon von einem Weltkrieg sprechen können. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist, Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.